Ich mache es anders, nicht die Arme so. Ich schneide die Luft. Auf die Luft legen. Alle heben einfach nur den Arm. Jetzt ganz gerade nach unten. Die Schwerkraft zieht hier. Hier ziehen sich die Muskeln zusammen. Deswegen einmal nach unten. So stabil. Jetzt liegt die Hand auf der Luft. Wenn er die Hand nach oben streckt, fließt die Energie nach oben. Da geht automatisch die Energie nach oben und auch die Hand bewegt sich gleich nach oben. Erstmal gerade. Erstmal sich merken. Wenn man die Hand so hält, denkt man an den anderen, versucht ihn aufzuhalten. Jetzt geht es erstmal darum, selbst die eigene Haltung zu üben. Nicht jetzt an den anderen, sondern den eigenen Körper formen. Deswegen so bitte probieren. Ja. Dann geht's.